Ich habe Signalfrequenz von verschiedenen Cerberus-Sellen, bei Location und cross-referenzen, weißen Schiff-Movementen. Du hast sie gefunden? Es ist kein Weg, um sicher zu sein. Aber ich habe eine definitiv Möglichkeit. Schönes Arbeit. Lass es auf die Map, und ich schaue es mal. Es ist auf der Map jetzt, Commander. Danke. Ich sehe, du beharst mehr als nur das Zehnfinger-System. Ich kann es nicht glauben, als Jephör gesagt hat, du bist auf der Normandie. Es scheint, ich habe das Gefühl, auf die Menschen. Nun, Quarriens auch, es scheint. Für was es ist, Quarriens verstehen, was es ist, wenn du dein Haus verletzt hast. Als ich verstehe, das war dein eigenes Schuld. Was hast du gesagt? In meinem cycle, Quarriens nicht brauchen Helmets, um zu überleben. Du bist die Master des eigenen Planeten. Das war ein lange Zeit. Und wenn du nicht die Maschinen hast, du würdest noch nicht die Luft aus dem Erdbeeren, wie die Evolution inzügellte. Ich sehe. Leara warned mir, du warst was sie erwartet. Und nichts über dieses Cycle ist, was ich erwartet. Selbst primitiven Quarien waren in meiner Zeit sehr attraktiv. Eine Sitzung, dass niemand es jetzt anzusehen kann. Außer vielleicht der Kommandante. Was? Wie wissen Sie das? Javik? Ah, okay, es ist ein normaler Gäb. Ich dachte schon, das wäre Legion. 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 Mein Gott! Versuch es bei Legion zu belassen. Sie sind geth? Ja, ein faszinierter Gegner. Warum hast du einen auf diesem Schiff? Legion hat uns vorhin geholfen. Es ist noch eine Maschine. Ich denke, du hattest deine eigenen Probleme mit AI? Die Jatil, sie waren wie die Geth-Arte zu diesem Zyklen. Was hat passiert? Ich denke, ich weiß, wo das ist. Ich weiß nicht, wo es geht. Die AI sieht das physische Körper. Es könnte das genetische Material auf der tiefsten Ebene verändern. Er ist anders. Ich weiß nicht, aber er ist nicht wie die anderen Geth. Du kannst nicht wissen, dass sie mehr Alien sind als du und ich sind für uns. Und weil Legion ist nicht wie uns, das bedeutet, dass er nicht geholfen kann. Wir sind falsche. Warum sagst du das? Sie sind immortals. Wir sind nicht. Sie sehen Zeit als eine Illusion. Wir sind verraten von seinen Limitations. Überall, die Maschinen wissen die Grunde, die wurden geholfen. Und wir nicht. Sie sind ein Ziel. Sie werden die Reeper bekämpfen. Ich brauche sein Throw it out of the airlock als Audiodatei. Der Spruch ist einfach zu gut. Das ist einfach die Lösung für alles. Ähm, da möchte ich nicht hin. Boah, warte. Hat das Wandelnde Partetten, das wir an Bord haben, irgendwas zu sagen? So, are you doing a story on the Asari who were turned into Reaper creatures? The Ardat Yakshi? No. I think that story would be perfect for you. The hidden dark side of the most beautiful race in the galaxy. We have a huge Asari audience. If I do that story, I could lose them. That seems a bit like pandering. Ever seen how fast an E-Democracy can abandon its allies? No. If I do my job, you won't. Commander, I've got some questions about the coup, but I'm online with my producer right now. Can we set up an interview in your cabin? Nein. Du setzt da keinen Fuß rein. Sei froh, dass ich dir den Frachtraum überlasse. Du setzt da keinen Fuß rein. Schönst du wissen, was aus ihm geworden ist. Was? Schon wie... Hä? Wo bist du jetzt hin? Stand doch gerade, dass wir dann nochmal auf der Citadel sind. Ich meine gut, ich hab Zeit. Beziehungsweise eigentlich muss ich woanders hin, wahrscheinlich. Na, wo ist Miranda? Präsidium ist unser Haus. Vor allem, was mich gerade interessiert... Nein, ist irgendwo und wohl nicht. Ich bin froh, dass dieser Ort immer noch ein Essen für ein Menü wie das ist. Vielleicht ist es besser, wenn wir nicht wie oder wo. Ich bin froh, dass wir das Zeit machen können. Ich könnte eine Sanity-Checke benutzen. Dinge sind ziemlich verrückt. Du wißt du, mein Leben hat in front of meine Augen auf Mars. Und da waren wir genug momenten wie das, mit Leuten, die ich mich interessieren. Ja, ich denke, es ist ein guter Moment für uns zu haben, ein Herz zu haben. Was sind Sie dringend? Wenn Sie mich aufhören, es könnte ein schönes Steak-Sandwich sein, auch. Also? Ein Schuss, ein Schuss und ein guter Canadian-Lager. Ich glaube, sie haben es? Es ist wahrscheinlich ein Schardwine zu haben. Und meine Eltern, in Vancouver, in Vancouver, haben sie mehr als ein paar Beers auf der Balconie, nach der Englisch Bay. Ja. Schönes Schuss. Du wißt du, was? Ich fühle mich gut über unsere Chance. Ja? Ja. Es lässt mich besser sleept, am Abend. Du bist nicht schlafen, Caden? Vielleicht ein bisschen schlafen. Listen. Look, wir haben hier nicht zu sprechen, um zu arbeiten zu sprechen. Was ist das? Ich erzähle dir etwas, was ich mir überrascht. Okay. Ich bin nicht der Typ, der ist der Leben für die Partei, der hat viele Freunde. Really? Nein, das ist wahr. Einige Leute finden meine... ...inntegrität... ...annoying. Really? No, seriously, ich... Okay, fine. Now you're messing mit mir. Okay, schau. Ich wollte nur, dass ich Sie wissen, dass ich Sie ein Freund vernehme. Okay? Ein guter. Das ist viel weniger wunderschön in meinem Geist. Ich wollte nur, dass ich Sie wissen, dass ich Sie als Kommanderin admire und ich liebe Ihre Freundschaft. Das beruht sowas von nicht auf Gegenseitigkeit. Das bedeutet viel. Ich bin froh, dass ich Teil der Crew bin. Was nimmst du es? Ein Sanitier-Check? Ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass Mel Shep eine Romance mit Kaidan haben kann. Weil Kaidan auf einmal jetzt bisexuell ist. Aber was mich halt an Kaidan und Ashley halt stört, ist, dass sie in Mass Effect 2 einfach nur einmal da waren und dann in Mass Effect 3 einfach mega nervig sind am Anfang und dann erstmal ein Drittel des Spiels damit verbringen im Krankenhaus zu liegen und sich dann fast von dir erschießen lassen. Das ist natürlich nicht deren Schuld, aber... Was mache ich hier überhaupt? Ich suche hier nach Miran... Und da hat er Slyara. Das nehmen wir auch gerade mit. Und da hat er Slyara. Ich bin froh, dass sie ein paar Jahre alt sind. Ich liebe diese Teil der Prisidium. Es meinten, wo ich bin. Wo ist das? Armalie, Backonthesia. Meine Mutter und ich leben neben einem Park. Ich habe ein paar Stunden da. Was macht da? Und da hast du wahrscheinlich Tomb Raider gespielt. Ja, das ist eigentlich ziemlich süß. Niemand dachte, es war lustig. Oh, die Lektion, die meine Mutter mir gab. Aber sie kaufte mir mein erstes Historiebuch am nächsten Tag. Erzählen Sie mir mehr über sie. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wieder eine Romance trägert. Ja, das wäre schön. Und wer weiß. Maybe you'll settle down after this. You don't really see me going into civilian life, do you? No. But I guess that's one more reason we should keep in touch. Someone to share a few secrets with, now and then? You got it. Ich muss ja sagen, dass Penesia ein bisschen... Ich finde es schade, dass sie nicht mehr dabei ist, weil Marina Sirtis in der Sprechrolle dabei zu haben... ...immer ein Pluspunkt. Sie sagt, couldn't protect us when Cerberus attacked. I'll take them to court. You think a court is going to want more people running with guns right now? Then I'll go to the wards and sell from the back room at Purgatory. People are already scared. If you violate weapons... Would a bunch of civilians shooting at anything that moves make the Citadel safer? The Commander's right. Maybe if the Council organizes a civilian militia with training. Otherwise, they'll just panic and get themselves killed. Well, I just... I just want people to be safe. I know, but second guessing CSEC isn't the way. What if we submit a proposal to start a militia? Okay, that'd be something. Das ist auch so... so ziemlich meine Haltung zu Waffen. Also, ich kann durchaus verstehen, wenn manche Leute gerne eine Pistole hätten, weil sie sich sonst nicht sicher... Haltet auch mal die Fresse. Weil sie sich sonst nicht sicher fühlen. Und gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, jedem, dem ein Waffenschein und eine Waffe gegeben und eine Waffe verkauft wird, der muss auch damit umgehen können. Das befordert schon eine gewisse Disziplin. Vor allem, damit man nicht auf alles schießt, was sich bewegt, wenn man gerade denkt, da bricht jemand ein oder so. Es muss einen Weg geben, um mehr Medikamente zu bekommen. Ich habe dir schon gesagt, wir haben nichts zu verraten. Wir sind bereit, zu bezahlen. Es geht nicht um Geld. Between the war on Palavan and the coup attempt here, supplies are short. If my people don't get more antibiotics and Medigel, thousands of us will die. Ich war kurz kurz davor, gar nicht Partei zu ergreifen. Moment. Wir sind eigentlich ja wegen Miranda hier. Wo ist die eigentlich? Apartments. Schön versteckt. Ach, Liabar bleibt noch ein bisschen hier. Ich habe schon gewundert, wer hier noch ist. Ähm... Ach, da drüben. Ach, da drüben. Ich habe deine Message, Miranda. Ist das über deine Sister? Shepard, ich brauche Zugang zu Allianz-Resources. Ich kann es nicht mehr sagen. Du musst mir einfach trusten. Du hast deine Access, Miranda. Aber ich mag den Sound. Ich weiß. Und danke dir. Das bedeutet viel. Das ist nicht das einzige, was du willst sprechen, ist es? Nein. Ich muss dir etwas sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich verletzt habe. Konfess? Wenn ich die Lazarus-Projekt um dich zu retten, wollte ich eine Kontrollchip in dich, als eine Safeguarde. Ich glaube, du hast es gesagt. Ich habe es gesagt. Es gibt mehr dazu. Der Mann verletzte mich. Es scheint, es würde ihm ein paar Probleme geben. Vielleicht. Er wollte nicht interferen mit, was du wirklich warst. Er wollte nur die Ordnung. Er wollte Commander Shepard. Installing das Schip könnte dich verletzen. Ich verstehe, warum du wollte es. Ich war totales Unbekannte. Ich habe nie zu tun mit so vielen Black Boxen auf einem Projekt. Ich fühle mich blind. Warum das jetzt? Ich habe gegen mein Vater und sein, um alle Aspekte von meinem Leben zu gehen. Er wollte total control over mich. Er wollte total control over mich. Right down to my bloody DNA. After I got out of there, I couldn't stand by and let it happen to my sister. I risked my life to get her away from all that. Ich habe keine Angst. 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 Das ist was das Problem? Ja. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe zwei Jahre. Ich habe mich zurückgebracht. Du hast mir die Rest. Du hast mir gemacht. Du hast mir in ein paar andere Worte. Aber du hast mir nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du hast mir zurückgebracht. Du hast mir zurückgebracht. Danke. Aber mit so viel zu sein, ich wollte dich wissen, dass ich immer noch nicht dasselbe. Du kannst mich nicht immer wiederholfen. Du kannst nicht immer wiederholfen. Du kannst mich über die Vergangenheit. Ich habe immer nicht. Aber das war wichtig. Einige Dinge, du kannst einfach nicht mehr kontrollieren. Ich glaube, meine Fancy Genetics kann mir nicht helfen. Du kannst mich da helfen. Nein. Sie können nicht. Okay. Ich mag es nicht sagen, aber ich sollte mich weitergehen. Danke, dass du das verstehst, Shepard. Natürlich. Und Miranda. Das Ding, das du musst machen. Glückwunsch. Keine Angst, Shepard. Ich habe immer einen Plan. Ihre Ansichten getauscht haben. Ist hier irgendjemand? Nein. Gut. Dann können wir ja jetzt wieder zur Story kommen. Ich wollte das nämlich unterhalb der 3-Stunden-Marke schaffen. Läger aus dem Ohr. Ich darf das nicht wie bei dir. Ich kann nicht nur kurz auf die Stelle kommen. Ich kann mich noch nicht auf das. Ich kann mich noch einmal ungelegenheit. Das ist schon mal genau für dich. Ich kann mich auf das. Und bin ich noch nicht zu Hause. Das ist ja. Ich soll doch irgendwann mal meine Waffen mit Mods ausstatten, aber jetzt komme ich... Ich kann nicht mehr zurückgehen, warum nicht? Gottverdammt Spiel. Luft, Auflade-Tempo. Auflade-Tempo ist sowieso schon schnell genug. Kommander Shepard, das ist Admiral Zahn. Have you reached Selkoris'escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Selkoris sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost Admiral is the only thing keeping the captains from panicking. Oh, man.